Ja, hallo, jetzt willkommen zurück in Let's Play Ballad of Gay Tony Part 6 und ja, ist euch eigentlich aufgefallen, hier ist nirgendswo Luis Lopez sein Vater nirgendswo und was ist das Locode? auch nicht, okay bei uns nimmt man das auch, ja, wir können auch fertig gucken das habe ich noch geholfen ich hätte schon länger bekommen, wenn ich die Fenster kaputt ach ja, meine, natürlich, wir machen jetzt wieder bei der Mama-Mission bei uns nein, 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 nein ah, gut viel Spaß mit der Mission clocking off, 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 die, die ich muss noch ganz kurz gucken, wer online ist, zehn Freunde sind online ok sagt ja Mama ich bin hier oh nein steig in Armando Herringer 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 Schick 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 Die Schick 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 da komm ich nicht durch doch da pass ich wo und da auch oh das ist perfekt gewesen oh bin ich noch hier reingekommen so easy perfekt nicht ich habe das erste Mal das Zucht hat wusste ich nicht das zu betrachten wo ist das jetzt aber er zieht ja schon an dass ich das nicht bleibt ich bin ich richtig die Waffe aus Kannst du nicht schon rumpeln? Ach, der kann auch sein Paket verlieren. Entweder lässt du es liegen. Pfff! Pfff! Ballerei-Nummern finde ich gar nicht gut. 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 Ballerei-Nummern fern. Ballerei-Nummern fern. da hat eine Mutter von Wurden zu nehmen z so wird die Waffen noch gut das ist die Krankenwagenvision die Torwart gibt es wie doof nicht mal ein Stück neben Vision gibt es hier Woho! Ich falle! Fuuuuck, da war der... Alter, ich steh alles nass. jetzt jetzt gibt es das ist immer noch Das sieht aus fast wie die Grafik wie GTA San Andreas Beta, äh GTA 4 San Andreas Beta. Was ist hier, diese, diese Mutter? Ach, ich liebe es, das glänzt so schön. Was ist das? 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 dritte so 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 Die Kräbe Die Kräbe Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich hoffe, da hinten ist noch jemand. Kommt her! Kommt her! Ich schwahte Schwein. Nee, nee. Entschuldigung. Die schwarze Schwafe muss ich sein. Und was sieht man raus? Was sieht man raus? Was sagt er? Was sagt er? Der hat er ist verbunden bei der Pedder. der geht um aber jetzt prügel wir uns sogar noch Ich glaub ich hab das nicht geschafft, weil ich lass jetzt... Was mit Armando? Ach der fährt voll gut. Was ist das? Fuck! Ah, ich bin hier. Hey, jetzt aus, jetzt aus, richtig geregnet. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. abonnieren und bitte bitte kommentieren wir sehen uns im nächsten part macht's gut und tschüss und bis dann Ciao! Let's goona! Nicht Spaß! Ciao!